Hey Leute, grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zum Video über Gotham Nights. Heute nehme ich auf, es ist Mittwoch, nicht mehr lange hin, übermorgen ist Release und wir möchten uns gerade darauf bezogen, auch heute über das Thema unterhalten, wann startet Gotham Nights denn genau, beziehungsweise wissen wir das überhaupt. Dann kommt noch was zu den Systemanforderungen und ein paar weitere kleine Punkte, über die wir heute sprechen möchten. Wir beginnen mit Nummer 1, das Thema Systemanforderungen. Wir haben ja schon die Minimum Requirements durchgesprochen in dem Video zuvor, aber jetzt haben wir auch die empfohlenen Einstellungen. Ich werde euch das im Hintergrund einblenden. Für 60 FPS, Full HD 1080p auf hohen Einstellungen braucht ihr Windows 10 64-Bit, ist klar. Intel Core i7-10700K oder Ryzen 5 5600X, RAM wie vermutet 16 GB sollten es sein, bei der Grafikkarte GeForce RTX 2070 oder Radon RX 5700 XT. Okay, ja, also, das ist etwa wie ich es jetzt erwartet hätte, muss ich ehrlich gestehen. Allerdings hätte ich gedacht, dass es bei der CPU nicht ganz so viel ist, denn, und das ist jetzt eigentlich das zweite Thema oder der zweite Bereich jetzt hier, was diese Systemanforderungen angeht, ich blende es euch daneben mal ein, wenn wir Batman Arkham Knight uns nochmal vor Augen führen und dort schauen einfach, was waren da die empfohlenen Einstellungen und im Vergleich, vielleicht blende ich euch da auch nochmal kurz was ein, was da grafisch geboten wurde mit der Unreal Engine 3, muss man ja hier sagen. Genau, also, das war eine gepimpte Unreal Engine 3 für Batman Arkham Knight und das sah schon hammermäßig aus, finde ich persönlich und ich habe es auch vor kurzem erst wieder gezockt und dafür brauchten wir gerade mal 8 GB, ja, und was die Prozessoren angeht, natürlich deutlich weniger, genauso bei der Grafikkarte eine GTX 67, ja, also mit Memory von 3 GB. Hinsichtlich dieser Zusammenhänge hier, ja, muss ich persönlich jetzt mal schon sagen, mal als Kritik auch an der Stelle, es sieht leider momentan so aus, als ob sie die Optimierung, ja, von Gotham Knights an ziemlich letzte Stelle gestellt haben erstmal, was auch noch dafür spricht, dass es so ist, sie sind ziemlich spät dran. Ihr seht, sie haben das natürlich nicht aus Nach-Release rausgehauen, sie haben es jetzt vor Release nachher rausgehauen, wo noch Leute natürlich ihre Vorbestellung canceln können, wenn sie möchten, das ist natürlich gut, aber man sieht insgesamt, erstmal haben sie die Minimalen rausgehauen, weil sie die Empfohlenen noch gar nicht hatten anscheinend und jetzt erst haben wir das, das bedeutet für mich persönlich, wenn ich es vermuten muss, dass sie gerade mega krass dabei sind, das Ganze zu optimieren. Was für diese Theorie ebenfalls spricht, ist etwas, was durchgesickert ist, viele von euch haben es ja vielleicht mitbekommen über Reddit und so weiter. Es gibt jede Menge Spoiler, also passt auf, wo ihr reinklickt momentan bei Gotham Knights. Es gibt Leute, die haben schon in einem Shop die physische Edition kaufen können und die haben teilweise schon, sind schon am Zocken und haben teilweise auch schon ihr erstes Fazit gepostet. Es gab auch jemand, der gesagt hat, ja, auf Konsolen oder so die Performance ziemlich schlecht. Dann kam allerdings wohl ein Patch, vielleicht das, was dann der Day-One-Patch sein wird für uns. Wir alle werden erstmal patchen müssen, wenn wir Gotham Knights starten. Und dieses Update hat wohl sehr, sehr viel verbessert. Und das deutet ebenfalls nochmal darauf hin, dass sie mit dieser ganzen Optimierungsgeschichte wohl ziemlich spät angefangen haben, vielleicht zu spät. Aber wir können wenigstens hoffen, dass vielleicht in den kommenden Wochen dann auch noch weitere Optimierungen stattfinden und das Ganze hier noch ein bisschen besser aussieht, ein bisschen mehr verzeiht, was die Hardware angeht und die Anforderungen nicht so hoch sind. Denn wenn man jetzt Batman Arkham vergleicht, Arkham Knight mit Gotham Knights, finde ich persönlich, muss man schon eigentlich sagen, dass Gotham Knights nicht wirklich so krass stimmig rüberkommt wie Batman Arkham Knight. Aber dafür aber Gotham Knights die höheren Anforderungen hat. Also ja, kann man schwer bewerten natürlich im Detail, aber Gotham Knights kommt auch mit Unreal Engine 4 daher. Daher würde man eigentlich vermuten, dass es besser laufen muss und schöner aussehen muss. Auf jeden Fall deutlich sichtbar schöner aussehen muss. Und ich finde, das tut es noch nicht so ganz. Aber lasst mich gerne eure Meinung wissen. Natürlich finde ich trotzdem, dass Gotham Knights schön aussieht. Das wollte ich damit jetzt nicht ausdrücken, dass ich finde, das sieht total schlecht aus. Ich finde die Welt sehr stimmig. Ich finde, die Stadt sieht sehr, sehr schön aus und ich freue mich mega drauf. Aber das mal nur, was diese ganze Hardware-Geschichte und Performance-Geschichte angeht. Das nächste und das ist der zweite Teil, das wir heute im Video darüber sprechen wollen, nämlich wann ist denn der Release genau? Und wirklich 100% konkret bestätigt, offiziell kann ich es euch wirklich nicht sagen. Aber eine Sache ist die, auf dem Discord, auf dem Offiziellen, wurde ein Event eingetragen. Das wurde erst mal auf den Donnerstag, unserer Zeit wäre das 18 Uhr am Donnerstag, wurde das Event eingetragen, wo ich dann große Augen gemacht habe. Dann habe ich aber ein bisschen gestöbert auf dem Discord, habe dann gesehen, dass von offizieller Seite gesagt wurde, eigentlich war der Freitag gemeint. Also Freitag würde ja dann auch passen, ist der 21. 18 Uhr ein Event bis Samstag. Ob das irgendeine Aktion ist oder ob sie damit wirklich den Release meinen, das ist jetzt noch das, was ich persönlich noch nicht herausfinden konnte bis jetzt. Könnte aber ein Hinweis sein, eventuell 18 Uhr. Was aber dagegen spricht, ist ebenfalls eine offizielle Aussage auf dem Discord, wo gesagt wurde, Mitternacht am 20. Oktober, also 20. Oktober, wenn das auf den 21. wechselt, Mitternacht, da soll wohl der Release sein, je nach Zeitzone. Wie das je nach Zeitzone zu interpretieren ist, ist es halt die Frage. Wenn Sie Ihre Zeitzone meinen, Mitternacht, dann ist es bei uns natürlich wann anders. Aber wenn bei jeder Zeitzone das um Mitternacht passiert, dann um Mitternacht. Also wir müssen noch ein bisschen schauen, was es wird. Wenn es bei Ihnen Mitternacht ist, ist es bei uns glaube ich 9 Uhr morgens. Wenn ich, kann mich jetzt aber an der Stelle auch irren. Deswegen hier noch ein bisschen hin und her, man weiß es noch nicht so genau. Ich hoffe, wir kriegen es noch raus. Falls ich es auf die Schnelle rauskriegen sollte, irgendwann poste ich es noch im Community-Tab. Also schaut da auch gerne vorbei. Da gibt es übrigens auch noch eine Umfrage, mit welchem Helden ihr in Gotham Knights starten werdet. Falls ihr noch nicht mitgemacht habt, guckt gerne mal vorbei. Würde mich freuen, über 100 Votes haben wir auf jeden Fall schon mal. Und damit bin ich am Ende mit den Infos heute für euch. Es kommen natürlich noch weitere Videos, auch im Detail dann zum Game und so weiter. Deswegen abonniert gerne den Kanal, falls ihr mehr zu Gotham Knights auch haben möchtet in Zukunft. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020